Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2 und hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Okay, gehen wir mal hier hin. Okay, dann gehen wir mal hier rein in das Zelt. Warte, da ist was. Bisschen Munition. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oder warte, ist hier irgendwas. Okay, mit denen können wir reden. Oh ja, wir haben noch einige Etagen vor uns. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Hey, Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo ich... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern veranflüchtig. Streck die Hände aus. Oh shit. Hey! Hey! Lass mich jetzt hier raus! Oh Gott. Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und, war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso, was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerte Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komm klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Sie sind weg. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Nanny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn... Moment. Was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Ähm... Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay. Hier sind die Intensivstationen, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Wir brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Hoffentlich bekommen wir alle Sachen, die wir brauchen. Dein Überleben sei lang und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Okay. Liegt irgendwas rum. Ah, hier ist ein bisschen Alkohol. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Okay, ein Medikid, aber das kann ich gar nicht mitnehmen. Okay. Operationssaal, Trauma, Intensiv. Hört mal los. Okay, nach unten. Intensivstation. Ich denke mal, hier müssen wir rein, oder? Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Okay, dann müssen wir wohl hier nach unten. Okay, da liegen schon ein paar Leichen. Pistolmunition. Eine Tasche. Okay, da ist ein Zettel drin. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber manche sind wie... Manche sind wir aufgrund der Übermacht den infizierten Patienten nicht herangekommen. Achso, an manche sind... Okay. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit an den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Notaufnahme. Ihr habt euch gut gewehrt. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Notaufnahme. Notaufnahme, Quarantäne, Zugang. Vorsicht, Tür jederzeit geschlossen halten. Okay, warte. Hier komme ich auch noch durch. Okay, hier ist ein bisschen Sprengstoff. Und die Munition kann ich hier gar nicht mitnehmen. Und ich kann anscheinend sogar was herstellen. Ah, okay. Also entweder Rohrbomben oder halt Brandmunition. Ich weiß nicht, wie wird halt beides gut. Aber ich glaube, ich habe halt leider nur einmal Sprengstoff. Aber ich glaube, lieber, ich weiß es nicht. Meine Rohrbomben sind ja schon ziemlich gut. Aber ich glaube sogar, ich stelle mir Brandmunition her. Finde ich irgendwie noch ein bisschen geiler. Stimmt, in der letzten Folge haben wir ja auch den Flammenwerfer bekommen. Warnung. Sie betreten eine überwachte Zone. Bei Zuwiderhandlung Schusswaffengebrauch jederzeit möglich. Okay. Ah, warte, da liegt noch was. Gut, dass ich hier nochmal nach hinten gegangen bin. Ah, hier waren wir ja noch gar nicht. Warte, hier ist ein bisschen Shotgun-Munny. Pistole-Munny. Zwei Kugeln. Achso, ich dachte, das Glas. Ah, hier liegt auch noch ein Zettel. Okay. Wollen die heute wirklich da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir in der Schule Zettel hin und her schieben. Aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen andauernd die Evakuierung findet statt. Sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde da unten könnten noch am Leben sein. Du hast doch gesehen, was diese Viecher machen. Das hat keiner überlebt. Zumindest nicht so lange. Zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Was schlägst du vor? Ich sehe es, Gott, mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Einen Tag, dann handeln wir. Danke. Okay, hier haben wir jetzt glaube ich alles. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Oh shit, da könnte doch wieder Stalker rauskommen, oder? Okay, kann ich nicht nachladen. Warte, hier kann ich nachladen. Okay, das ist doch eh die Brandmunition, glaube ich. Okay, warte mal. Na, oh shit. Ähm, okay, da habe ich noch 18 Kugeln. aber, ich kann mit der Armbrust leider gar nicht schießen. Ich glaube sogar, ich hole jetzt mal das Gewehr hier raus. Warte, ist da was? Nee. Da steht hier, Notaufnahme. Na shit, die Taschen haben bisschen wieder ausgegangen. Komm schon. Warte, was ist hier? Na shit, ist leer. Okay, Klebeband und ein bisschen Alkohol. Okay, Sprengstoff. Also kann ich mir auch Rohrbomben herstellen. Das ist gut. Munition für den Flammenwerfer. Krankenwagen, Zufahrt. Okay, hier steht nochmal dasselbe. Hier ist auch nichts drin. ist irgendwie alles leer. Warte mal, hier drüben waren wir noch nicht. oder sind wir hier gekommen? Ich weiß es irgendwie gar nicht mehr. Hier waren wir glaube ich noch nicht. Irgendwie so verwirrend. Also was ist hier? Das war wahrscheinlich das Glas, denke ich mal. Okay, da geht es wahrscheinlich weiter. Dann gehe ich jetzt erst mal hier rüber. Also was ist hier? Traumazentrum. Ähm. Kein Strom. Warte mal. Gehen wir mal hier rein. Ah, warte, da liegt noch ein Zettel. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können uns nicht, äh, Sie können uns nicht so behandeln. Ich verstehe, dass sehr viele Menschen krank sind, aber hierher abgeschoben und von meiner Frau getrennt zu werden ist inakzeptabel. Ich warte hier schon über drei Stunden, ohne irgendwelche Informationen zu bekommen. Der Arzt hat meine Bisswunde mit Salbe eingerieben und ist dann verschwunden. Es tut weh und scheint schlimmer zu werden. Bitte geben Sie diese Nachricht sofort an Ihren Vorgesetzten weiter. Hochachtungsvoll Don Carter. Okay, da steht auch noch was. Ich bin, ich bin hungrig aufgewacht, aber ich kann nichts bei mir behalten. Nicht mal Wasser. Ich habe höllische Kopfschmerzen. Die Schreiter draußen machen es doch schlimmer. Warum wurde ich hier eingeschlossen? Irgendjemand muss kommen. Ich will Sascha sehen. Ich will zu meiner Frau. Sascha, Hilfe. Kann ich klar denken, kann kaum schreiben. Kann nicht schlafen. Hunger, lasst mich raus. Okay. Warte mal. Ach du, das kann ich nicht mitnehmen. Obwohl doch hier hinten. Warte, komm ich hier weiter? Wahrscheinlich nicht. Da brauchen wir auch wieder Strom. Okay, und von hier, ja von hier sind wir gekommen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Warte, was steht hier? Traumazentrum. Boah, shit. Clicker. Alles klar. Ah, toll. Ich hole mal hier die Schallgedämpfte raus. Okay, das sind zwei. Oder warte, vielleicht ist der andere irgendwie ein Runner oder so. Okay, warte, was steht hier? Vorräte, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht rein, weil da braucht man ja wieder Strom. Ich warte, komm ich hier rein? Wahrscheinlich auch nicht. Aufwachraum. Und hier sind auch die Clicker drin. Oh, Alter. Scheiß, Stalker. Boah, ich habe nur noch ein Messer. Das ist echt schlecht. Oh, da drüben ist auch noch was. Okay, warte, jetzt schaue ich mal hier hoch. Ah, okay, ist auch der Aufwachraum. Ich will irgendwie die Scheibe gar nicht einschlagen, weil das ja ziemlich laut ist. Okay, hier ist nichts drin. Okay, ein paar Pillen. Und hier ist wieder so ein Zettel. Alter, muss ich hier viel lesen. Ah, Steven, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll. Ach so, ich, ja, okay. Aber ich komme mit so viel Schmerz nicht klar. Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazenter begleitet. Ich hätte gar nicht, wenn ich reingehen dürfen. Ich habe gesehen, in was sich die Patienten verwandeln. jede Erwachsene und jedes Kind, das mit einem Biss oder mit einem Kratzer hier ankommt, wird sein Verstand verlieren und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen, aber mir wurde gesagt, ich müsste weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steven, du musst mich hier rausholen. Ich kriege noch einen Nervzusammenbruch. Warte mal. Okay, dann muss ich die Scheibe hier einschlagen. Obwohl, das war eigentlich unnötig. Aber wo ist hier ein Generator? Okay, warte mal. Da sind der Kabel am Boden. Ah, hier oben. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Warte mal. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Noch mehr Waffenteile. Ah, hier ist wieder eine Werkbank. Das ist geil. 125 sogar. Jetzt haben wir mal genug. Aber, warte mal. Ah, okay, den Flammenwerfer kann man gar nicht upgraden. Okay, könnte ich hier was verbessern. Ah, da habe ich schon zwei Sachen. Okay, also jetzt den Lauf um stärkere Schüsse abzufeuern. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das lacht sich jetzt jetzt mal. Ich würde halt ziemlich gerne die Armbrust verbessern. Oder hier mal das halbautomatische Gewehr. Okay, schauen wir mal hier hin zur Pistole. Okay, das kostet 50. Ich glaube, ich verbess jetzt erstmal was mit der Armbrust. Das Zielfernrohr, ja, ich glaube, die Nachleidegeschwindigkeit, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hole mal hier das Zielfernrohr. dann gehen wir, ja, ich weiß nicht, gerade Kapazität, wie viel kostet das hier? 60. Ne, das lasse ich jetzt erstmal. Da hätte man auch ein Zielfernrohr. Feuerstoß. Ah, okay. Das kostet halt beides 80. Okay, dann gehe ich, glaube ich, mal zur Pistole, oder? Dann habe ich schon zwei Sachen verbessert. Ich gehe mal hier hin. Da hole ich mir das Zielfernrohr. Ja, für 60. 60. 60. Okay, passt. Ah, das ist so genau ein bisschen was. Aber, ah, hier, der Generator. gut Leute, jetzt würde ich erstmal sagen, das ist mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.